Hallo nochmal, der Toni hier von der Computex 2014 in Taipei, Taiwan. Hier sind wir wieder bei Ragintech, unserer Firma. Das ist unser Metis, unsere Mini-ITX-Version unseres Gehäuses für Steam, aber auch als HTPC gedacht, je nachdem was man machen will. Es supportet Mini-ITX, Standardgrößen für Kühler, sprich unser Eidos passt, unser Themis passt rein. Obenseitig könnt ihr eine Standard-VGA-Karte verbauen und auch ein Standard-Power-Supply. Wir haben einen speziellen Airflow konzipiert in dem ganzen Ding, das heißt der Intake für das Netzteil kommt von unten und geht nach vorne raus. Und rückliegend kommt es mit einem 140mm-Lüfter und der Rest wird komplett ausgepuscht. Wir haben praktisch zwei Zonen dafür. Einmal vorderseitig für das Netzteil und einmal rückseitig für den Rest der Komponenten. Verkaufstechnisch wird es so, wir denken in vier bis fünf Wochen in Deutschland eintreffen und der End-User-Preis pendelt sich hier bei 49 Euro ein. Dankeschön. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020